oh ja das ist auch wieder er hat er gebrochene schulter dadurch feuer kann ich natürlich jetzt nicht sehen da kommen wir noch mehr ich habe keine granaten mehr ach kack das hat sie auch voll gelohnt jetzt aber das gibt es doch nicht die kuppe die küssen sich was ein episches bild das war zu früh da muss ich ein bisschen warten ja natürlich die kappe weg haben wir also richtig da ja was soll es muss aber gleich gucken ob ich hier irgendwie oh ja der läuft mir genau rein doch da habe ich drauf gewartet ja sehr geil geil alter das gibt es ja gar nicht alter aber solange du glaubt der zombie sich kopf schießt dürften die eigentlich wieder aufstehen oder wie war das siehst du da kommt dann wieder hoch mist der dürfte sitzen guck mal die hat ein bisschen drallen die ist nicht ganz gerade jawohl der hat gesessen der ist richtig hier hier kommt da so ein sneaker freund mit die richtigen auf seine kosten so der dürfte jetzt sitzen jawohl richtig so der ist weg vom fenster ich sehe auch so da hinten laufen auch welche rum da sollte ich jetzt kacke ich weiß nicht was für eine entfernung das ist das kannst du auch schlecht erkennen die bierne von denen ja das ist natürlich weit von da oben das gibt es ja gar nicht ich hätte ich nicht gedacht dass ich jetzt treffe das war jetzt echt glück 74 meter wow 90 punkte dafür gekriegt boah alter was ist denn heute los ey ich bin so ein sniper tier geworden der steht wieder auf das ist doch kacke aber der da ist schwer den kopf aufzumachen aus dieser entfernung scheiße das bringt nichts ich muss mal gucken dass ich rauskomme weil ich denke mal soweit habe ich jetzt alles erledigt das ist jetzt aber moment ist ich muss jetzt mal eben whatsapp ausmachen jetzt geht es weiter scheiße äh 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 fortsetzen das ist irgendwas zu machen für den fall dass sie den will ich behalten was luke aufnehmen was ist das nein ich will meine zurückhaben wo ich mein kopf für alle fälle jawohl wo ist fein ist hier was zum aufsammeln nein leider nicht da ist wahrscheinlich zu zum aufsammeln oh ruhe mache ich nicht so krach schlimm diese viecher ich habe zu spät zum aufluten egal aber da ist wie auch wie die ist ja er so er war also mit der mit der hand schusswaffe ist das nicht so einfach ok 300 kopfschlösser alles durchluten das was wir vergessen ich glaube nicht ich weiß da komme ich nicht rein in der scheißpuff ich komme hier kontrollpunkt erreicht ok ok was ist das ich finde das so geil alter genau richtig voll auf die 12 super mega er hat sich richtig erwischt er steht gleich wieder auf der mit seinem geil ist so auf 5 auf 26 erhöht so wenn wir jetzt noch mal wieder wechseln da hat es keinen sinn einmal gebückt und dann in der voll durch die kauleiste durchgezimmeln ja mein freund da suchen ich ja mich nicht Ach du Scheiße. Jetzt muss ich aber hier weg. Jetzt kommt hier auch noch von den... Oh, das ist aber jetzt ganz mies. Aber ganz, ganz mies. Nein, bleib... Nein, guck, der wieder so ein Riesen-Oschi, Alter. Das darf doch alles nicht wahr sein. Womit habe ich das denn verdient? Äh. Oh, Mann, äh. Oh, den hat's aber... Den bist du jetzt aber volle Möhre. Oh, ja. Aber da kommt ja noch einer. Das ist schwer, wenn der so hin und her wackelt, dass man den trifft, ey. Perfekt. Perfekt. Das macht sowas von Laune, ey. Das heißt, wir... Ach, Mann, kacke. Da fehlt auf jeden Fall die... Oh, Mann, ey. Oh, Mann, kacke. Oh, Mann, kacke. Was ist der Anticap Oh, Mann, wie ist der Anticap Oh, Scheiße, da kommt... Ich hab da jetzt gar nicht mitgerechnet oder gar nicht drauf geachtet, Alter. Ah, leer. Okay. Was ist? Ah, ist grad mit looten, ist nicht viel. Muss mal gucken, dass man, ähm... Na, warte mal. So. Ja, den haben wir jetzt auch wieder. Der sah mir so gefährlich aus, der muss ja als erstes aufschalten. Oh. 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 Oh Gott. nein 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 ja wenn er war zu schnell muss auf jeden fall ein bisschen nuten hier Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Das kommt hier! Wo hab ich denn? Joachimus Stabilis Ah, was? Ah, was? Ach, nein! Ah, ich schieße mal auf diese Blechkiste. Ich schieße da, du. Walzosse. Ah! Lauf, 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 lauf! Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ja! Boah! Das habe ich den fetten Uli, ey! Mann, Mann, Mann! Was? Wenigstens Ding kann ich einsammeln. So, Tür zu! War noch was? Irgendwas war hier noch. Ach so! Junge, Junge, Junge! Bei dem musst du echt aufpassen! Dynamit voll! Okay! Gut, wir haben Dynamit wieder. Die mal nachladen. Geht nicht! Haben wir denn alles aufgelootet? Komm, ich guck da mal nach. Ah! Mann, Mann, Mann! Hier ist nichts mehr! Sollen wir hier oben? Nee! Mann, Mann, Mann! Hast du es auch mal mit so Riesen-Iltis zu tun, ey! Ah! Krasses Herd, ey! So! Ah! Ziel erreicht! Dankeschön! Dankeschön! Ah! Gold-Munition! Neues Ziel! Tollpunkt! Aber es geht dann immer so weiter! Immer so weiter! Aha! Das war wieder so eine... Ne, ich will... Da soll die Munition! Nur die Munition aufheben! Thompson! Das ist ja ein Maschinengewehr, aber davon halte ich nicht hier! MP4! Da brauchen wir durch! Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist zwischen der, die wir gerade hatten, das Springfield aufheben. Was haben wir hier? Da haben wir mehr Schuss auf der anderen? Keine Ahnung... Aber wie schnell sind die Schuss runter? Ich bleibe lieber der Schrott, oder? Wir müssen jetzt natürlich weiter, aber irgendwie habe ich da gerade keinen Bock, weil ich glaube, das geht nur so weiter! Nun... Munition für Lager! Alles klar! Ganat haben wir aufgehoben! Aufgeladen ist! Da ist auch nachgeladen! Ach, diese Maus, die spinnt! Ich komme gar nicht mehr bis zu meinem, äh... Machst du mal! Boah! Nein, das wollte ich doch gar nicht! Das war zu früh! Aber das war es... Du konntest重. Dah二 bis are er! Die